es gibt nur noch heute rabatt für privilege mitglieder 25 jahre feiern sie deshalb gibt es rabatt des weiteren gibt es auch die möglichkeit ein one world gold status zu bekommen und zwar die finner gold karte was eine karte ist das dritte thema was ich heute gerne featuren möchte das sind die hotel gebühren und zwar die gebühren wo das hotel kreativ wird um euch das geld aus der tasche zu ziehen die neueste kreation ist die sogenannte sustainability fee also umwelt aber erst mal wie immer das intro auch heute gilt wieder auch wenn wir etwas später dran sind der abonnierbefehl abonniert den kanal vergesst nicht die glocke anzumachen aber auch den beitrag zu liken und dann ganz ganz wichtig unten zu kommentieren damit ihr auch keine folge mehr verpasst deshalb ist die glocke übrigens wichtig das erste thema mirabel kanada ist ja der auslieferungsort für die airbus a220 iraki airways hat seinen ersten airbus a220 300 bekommen im rahmen der flotten erneuerung das ist doch ein fest was man feiern kann spannend ist auch die konfiguration man hatte zwölf business class sitze 120 economy class sitze das sind zusammen 132 sitze in einer zweiklassen konfiguration also ein ganz normales flugzeug aber ein schönes kennen wir ja von der swiss oder aber auch von der baltik von der freundlichen grünen fluggesellschaft aus rieger bis jetzt gibt es 13 betreiber aber auch wichtig oder interessant finde ich die zahl dass 20 21 november bis dahin ist gezählt worden 180 a220 ausgeliefert worden sind und wenn ihr die vorher letzte folge gehört habt da gab es ja auch schon von dem ersten a220 auch einen acj also eine private jet dann müssen wir ein update machen da muss ich auch tief einatmen warum ganz einfach deshalb das update ist über den flug euro atlantik mit den 125 positiv getesteten passagieren von 170 das war der flug von mailand nach indien wo man diese horrende zahl gefunden hat jetzt stellt sich aber raus nachdem es einen zweiten flug gab der auch so hohe zahlen hat dass es das labor war und da hatte ich dann doch nicht so unrecht also es waren nicht die pcr-tests die zum flug geführt haben sondern die nach ankunft des fluges gemacht worden sind wo man dann das schindluder getrieben hat wenn ihr das labor ist dann per razia aufgesucht worden man hatte also dann unzulänglichkeiten entdeckt also insofern das update war alles nicht ganz so schlimm wie wir uns das vorgestellt hatten flug ging übrigens von mailand nach indien ich weiß aber gar nicht mehr welche stadt in indien das war ein aufreger thema für mich sind die fees die bei hotelbuchung nicht auf der buchungsseite stehen ja ganz genau da gibt es resort fees destination fees und das sind fees die die müssen einfach im endpreis sein und vor allem viele fees die es gibt die beinhalten ja leistungen die wir als status kunden ja schon bezahlt haben bei hyatt zum beispiel ist das sehr gut gelöst das heißt also wenn man da ein globalist ist dann bezahlt man gar keine fees die diesen komischen quatsch namen haben aber marriott und zwar das marriott hotel in wo ist es denn jetzt genau in der autograph collection die haben das ja das sustainability fee für sich entdeckt und dieses hotel st louis übrigens ist es ein autograph hotel und das sind zwar 4 euro 99 nur oder 4 dollar 99 keine euros aber trotzdem ist es ärgerlich weil diese fees haben für uns als kunden mehrere nachteile einmal natürlich dass der preis der ausgeblichen ausgewiesen ist auf der seite nicht wirklich stimmt das zum beispiel für einen kunden auch in usa ein hotel gebucht auf hawaii da steht dann 159 dollar und wenn man wirklich alles zusammen tackert was in der nacht kommt dann ist wirst du bei 300 also das ist eine fast eine verdopplung und diese sustainability fee mit den 5 dollern das ist jetzt nicht unbedingt viel geld aber trotzdem ist es eine praxis die viele probleme aufwirft warum ganz einfach deshalb weil diese fees einfach ja aus heiterem himmel kommen du hast ein check out und dann siehst du erst die vielweise auf der seite nicht erwähnt ist die rate wird das kommt natürlich bei solchen expedia sachen oder so was noch mehr zu tragen geht die dann höher in der listung dass man also das flug das flugzeug wie ein flugzeug geht es höher in die liste dass das hotel dann wesentlich billiger erscheint als es wirklich am ende des tages ist mit dem wettbewerb und das allerschlimmste ist und das ist in meinen augen eigentlich gut bei fünf dollar kann man es vernachlässigen aber trotzdem es sind halt für diese punkte gibt es für dieses für diesen umsatz gibt es keine punkte so rum ist es richtig und das ist etwas was in meinen augen nicht geht ihr seht ich kriege mich darüber auf und das andere ist dass reisebüros was jetzt nicht unbedingt unser problem ist als verbraucher aber auch die eine prozentuale beteiligung kriegen nicht an diesen gebühren partizipieren also insofern von dem hotel nur ein beschiss um besser dazustehen und uns ja mehr zu melken das finde ich in meinen augen nicht richtig aber ihr könnt ja unten in der kommentarspalte schreiben was ihr von so einem verhalten haltet was das maria autograph collection hotel in st louis macht also hotel st louis heißt es auch jetzt geht es tief einatmend weiter und zwar nur noch heute 25 jahre kata airways und wenn man ein mitglied ist beim privilege club dann bekommt man auch noch den rabatt ganz wichtig wer kein mitglied ist kann mitglied werden und damit gibt es den rabatt auch dieser rabatt gilt nur noch heute hinflug ist zwischen 8 und 16 april 15 juli und 30 juli aber der rückflug muss sein vom 2 januar bis 9 januar was ja quasi auch irgendwie schon fast vorbei ist und dann nochmal vom 15 januar bis zum 16 januar 18 april bis 24 april und 16 april bis 11 september das sind die zeiträume wo der flug gilt und wichtig ist ihr müsst den code eingeben fly qr also f l y q r 22 dann bekommt ihr mit diesem promo code auch den rabatt wichtig ist also wirklich dass ihr mitglied seid das letzte thema was wir heute haben und das ist etwas was auch spannend ist ist wer kein status sich in den letzten jahren erflogen hat kann jetzt einen finnair gold status bekommen warum ein finnair gold status das ist ein safari status der auch gleichzeitig bei der one world vorteile bringt vorteile sind zum beispiel priority checking am business class counter kostenlos bevorzugte sitzplatz reservierung bei ausgewählten airlines höhere wartelisten priorität zugang zur one world lounges business class lounges inklusive einem gast übrigens was sehr schön ist priority boarding zusätzlich frei frei gepäck bevorzugte gepäck abfertigung und natürlich das gepäck richten noch mal ein sticker dass es früher am band ist wer mit finnair fliegt ich kann die fluggesellschaft empfehlen bin heute auch mit denen schon geflogen hat ein zusätzliches gepäckstück mit maximal 23 kilo unabhängig von der reiseklasse bekommt lounge voucher wo auch damit reisende diese wirklich also nutzen können wobei ihr habt ja eh zwei leute umsonst also du selber und dann der andere kostenlose sitzplatz reservierung garantiert das ist das 48 stunden vor abflug in der buchens klasse y oder in jcd wenn es business class sein soll und auf langstrecken flügen eine stunde gras ist im internet und weiter gibt es vier upgrade voucher plus 15 prozent mehr finnair plus punkte wenn ihr den status dann selber qualifizieren wollt dieser status gilt ein jahr jetzt fragt euch natürlich wie könnt ihr den status bekommen ganz einfach ich mache euch unten einen link rein dieser link das ist der link mit dem gold am ende das heißt also fd circle punkt a s punkt me schlägstrich also slash gold und da können termin vereinbaren und dann können wir auch mal schauen ob das für euch sinn macht oder ob vielleicht ein anderer status für euch mehr sinn macht also insofern eine interessante geschichte das war's für heute bei frequent traveler tv mit dem thema take off und ganz ganz wichtig wie immer an dieser stelle abonniert den kanal glocke anmachen kommentiert unten und liked den beitrag danke dass ihr heute wieder dabei war bei frequent traveler tv also bis bald